Handelstag im Juli und was soll ich sagen, welcome, die silly season, ja, Wahnsinn, was gestern an den Märkten abging zum Thema Berichtssaison. Wir haben heute einiges zu besprechen, A&D ist nach den Zahlen förmlich explodiert und die Aktie von Microsoft, die hat eine wahnsinnige, ich will jetzt nicht sagen, Berg- und Talfahrt durchgemacht, aber man kann sagen, eine Talfahrt, die dann zum Ende hin noch ein bisschen ausgeglichen wurde, aber es bleibt extrem spannend an den Märkten. Wir schauen heute dazu noch auf die Zahlen von PayPal fürs Solar. Ich habe euch mitgebracht, Electronic Arts, Starbucks mit auf der Agenda, ähnliche Probleme wie bei Microsoft, wie schon gesagt, wie bei McDonalds und dann haben wir definitiv mal noch A&D und Microsoft mit auf der Agenda Plus, das Thema der Bank of Japan. Also einiges hier heute in der Sendung drin. Ich hoffe, dass der Stream halbwegs durchläuft, sollte es Probleme geben. Ihr wisst das, ich stelle euch den Stream im Nachgang direkt auch wieder rauf. Ich nehme den auf und dann stelle ich den in die hochgeladenen Videos rein, dass ihr dann im Endeffekt den Stream auch ohne Unterbrechung, ohne diese Ruckeleien schauen könnt. Von meiner Seite auch ein Danke an eure Geduld, die ihr hier mit mir habt. Die Internet-Technologie ist hier gerade ein bisschen wackelig unterwegs. So, bevor wir jetzt allerdings in das reingehen, was hier heute wichtig ist, ganz klar, ihr wisst es, der Risikohinweis, den bitte ich wie immer auch in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Kurzum, der Handel mit Devisen, CFDs und Futures auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und dann kommen wir direkt gleich mal wie jeden Morgen auch mal noch auf das zu schauen, was wir hier an Zahlen, Daten, Fakten haben. Das heißt heute und hier gucken wir auf die Daten von Deutschland. Um 9.55 Uhr bekommen wir die Arbeitsmarktdaten hier bei uns. Es wird davon ausgegangen, dass die Arbeitslosenquote stabil bei 6% verharrt. Dann gibt es dann um 11 Uhr die Verbraucherpreise, die Prognosen aus der EU. Es wird erwartet ein Rückgang, wenn wir uns die Kernrate anschauen, von 2,9 auf 2,8%. Im Gesamten wird eine stabile Inflationsrate oder eine Verbraucherpreisrate von plus 2,5% erwartet. Und am Nachmittag bekommen wir dann wieder ein bisschen was vom Thema Arbeitsmarkt. Ihr wisst, am Freitag stehen die ganz, ganz wichtigen Non-Farm-Payrolls auf der Agenda. Die sind diese Woche fast wichtiger als das, was die FED sozusagen bringt. Das Ganze heute um 14.15 Uhr und dann kriegen wir um 14.45 Uhr den Chicago Einkaufsmanager-Index und um 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände, bevor wir dann das FOMC-Statement um 20 Uhr bekommen, inklusive der Zinsentscheidung. Aktuell geht man davon aus, dass die Zinsen nicht gesenkt werden. Das heißt, wir bleiben hier bei 5,5%. Die Zinssenkung wird dann für die kommende Sitzung im September erwartet. Und 20.30 Uhr gibt es dann die Pressekonferenz der FED. Und dann gucken wir gleich mal noch auf die Gewinne, denn auch da haben wir heute was zu verarbeiten, was wir dann hier morgen in meiner Sendung auch miteinander besprechen werden. Das heißt, wir kriegen heute definitiv die Zahlen von Meta. Wir kriegen die Zahlen von Boeing. Gut, Boeing wird jetzt nicht so gigantischen Ausmaß haben. Aber wenn wir auf Technologie schauen, definitiv Meta. Und da müssen wir schauen, wie es dort weitergeht. Und das dürfte dann auch den Markt bewegen, ins Positive wie auch ins Negative. Das heißt, sollten wir dort auch sehr starke Reaktionen ins Positive reinbekommen, so wie wir das jetzt auch bei der AMD sehen, dann ist das natürlich etwas, was den Markt zunächst wieder etwas stützt. Gestern aber die Nvidia-Aktie 7% in den Keller gegangen. Das ist nicht wirklich stützend. Und da sehen wir, was wir gerade im Tech-Sektor auch haben. Wir haben eine wahnsinnig starke Rotation aus Tech raus in die Small Caps rein. Und solange wir diese Rotation anhält, werden wir mit einer hohen Wahrscheinlichkeit einfach das Thema der Abwärtstrends beim Thema Technologie auch weiter mit auf der Agenda haben. So, das also vom Prinzip zu diesem Thema. Und jetzt lasst uns mal auf das schauen, was wir hier an dieser Stelle den Markt für heute haben. Und da komme ich bevor, ich in die Charts der ganzen Aktien mal reingehe, die ich gerade besprochen hatte, auf die Bank of Japan. Ich hole euch gerade mal noch den Chart hier noch mit drauf. Das heißt hier Thema US-Dollar, japanischer Yen. Denn da sollten wir ganz kurz mal drüber reden, wie es hier jetzt weitergehen kann. Kurz einen Augenblick. US-Dollar, japanischer Yen. Muss ich mir nur mal ganz kurz runter scrollen. So, da holen wir mal kurz das Chartfenster raus. Und den hole ich, den Chartfenster hole ich euch gleich mal rauf. Heißt hier an dieser Stelle, das ist mal der Stundenchart. Aber wir gehen auf den Tagesschart vom Yen. Und es ist schon interessant zu sehen, wie der Markt momentan reagiert. Das heißt an der Stelle, wo wir jetzt hier stehen, ihr seht es ja selbst, wir sind schon deutlich, deutlich zurückgekommen. Und das ist jetzt der große, spannende Part, den wir jetzt hier tatsächlich im Währungspaar auch haben. Wir sind aktuell in einem sehr, sehr wichtigen Support-Level verortet. Also diese Marke hier, ich lege euch da gleich neben dem Balken noch die Linie rein. Ich sage mal 151, 70, 152 ist dort wirklich tatsächlich ein ganz wichtiger Support-Bereich. Und wenn der auch bricht, dann können wir sehr schön Trendfortsetzung in die Unterseite weiter entsprechend auch machen. Gucken wir uns mal ganz kurz auf Wochenbasis an. Ihr seht, wie wichtig diese Marke ist. Das ist das aktuelle Tief im größeren Aufwärtstrend hier im Yen. Und wenn das rausgenommen wird, dann ist der Trend gebrochen. Und dann haben wir eine schöne Gegenbewegung in die Unterseite rein. Und wir sehen auch heute, das können wir schön sehen, einen Tag, wo der Yen weiter an, ich sage mal, an etwas Stärke zunimmt. Ja, schon die ganze letzte Zeit. Aktuell natürlich unentschieden. Ganz klar, diese Schwankungen, die sehen wir immer mal an solchen Tagen. Aber wenn wir jetzt das bekommen, was wir hier erwarten können, dann dürften wir hier deutlich weiter eine Zunahme der Stärke vom Yen sehen. Und an der Stelle euch das mal ganz kurz erklärt, was die Bank of Japan jetzt gemacht hat. Zum einen gab es heute eine Zinserhöhung auf 0,25%. Also man hat um 15 Basispunkte den Zins erhöht. Das war das eine. Wir haben noch weitere Informationen bekommen. Und zwar erwartet man in Japan, dass die Inflation in diesem Jahr Ende 2024 bei 2,5% sein wird. Und dann in den Jahren 2025 und 2026 im Bereich der 2% verharren wird. Das sind die Erwartungen zumindest mal. Und für uns ist ja auch eines wichtig, damit wir so ein bisschen auch planen können, wie geht es denn weiter. Und ein wichtiger Punkt, den wir bei der Bank of Japan auch haben, ist das Thema der Anleihekaufprogramme. Und dort sieht man, dass man dort auch strafft. Das heißt, man wird hier eine Reduktion machen der Government Bonds. Und zwar über 3 Milliarden, 3 Billionen Yen pro Monat strafft man das Ganze. Bis, wenn ich das richtig verstanden habe, bis in den Januar 2026. Also da ist einiges an Straffung entsprechend auch mit da. Und das dürfte dann halt dazu führen, dass der Yen weiter an Stärke aufbaut, weil die japanische Notenbank macht hier genau das Gegenteil von dem, was andere Notenbanken weltweit machen. Denn man erhöht die Zinsen, man strafft die Anleihekaufprogramme, strafft das Ganze zusammen, entzieht dem Markt sozusagen Liquidität. Und der ganze Rest der Welt fängt quasi an, die Zinsen zu senken. Und damit ist man anders unterwegs. Und genau das wird dann technisch dazu führen, dass der Yen durchaus gute Chancen hat, weiter etwas an Stärke auch mit zuzunehmen. Das kurz dazu für euch die entsprechende Erklärung. Und dann, bevor wir auf die Zahlen der großen Unternehmen zu sprechen kommen, mal ganz kurz noch das Thema der Technologie. Wir müssen das nochmal miteinander besprechen an dieser Stelle, weil wir hier tatsächlich jetzt den Markt etwas mit Verwürfnissen haben. Also wir kriegen hier gerade auch die Frage, Hallo aus Berlin, echte Crashgefahr. Ich möchte das jetzt nicht mal unbedingt Crashgefahr bezeichnen. Wir sehen halt jetzt in diesem Chat, und das mache ich euch mal ganz kurz auch in der Woche auf, wir sehen hier jetzt einfach ein korrektives Verhalten am Markt. Das ist also für mich auch persönlich, das ist überhaupt nichts, wo ich jetzt Angst oder Sorgen habe, dass man hier irgendwie massive Probleme bekommen könnte. Denn wenn ihr euch mal den Technologiesektor anschaut, dann ist das, was wir jetzt hier sehen, eine ganz normale korrektive Phase. Und warum das normal ist, könnt ihr einfach an dem Punkt sehen. Schaut euch mal allein die, oh, wartet mal, das mache ich mal in hübsch, allein die letzte starke Rallye-Phase von hier unten im Bereich bei, was haben wir hier unten gehabt? Ich sehe es jetzt leider nicht, weil ich den Bildschirm in Zeichenmodus habe, aber ihr seht es irgendwo hier unten, der Bereich bei 16.900 Punkten. Da ging es dann einfach von Anfang des Jahres rauf, oben hin bis 20.800. Da oben lagen ja auch unsere Ziele, die sind auch erreicht worden. Wie schon gesagt, das ist immer Zufall, dass das klappt, das klappt nicht immer. Aber wir sehen jetzt einfach eine Korrektur dieser gesamten Phase. Und wir haben jetzt einfach mal die Hälfte dieser massiven Aufwärtsphase miteinander korrigiert. Und der Markt ist einfach in einem ganz normalen Verhalten. Also nichts, wo man irgendwo Panik haben muss. Man sollte das Ganze einfach in seinem Money-Management beziehungsweise in der Depotstruktur mit umsetzen. Das sind die Dinge. Das sind übrigens auch die Dinge, die ich in der Online-Ausbildung bei mir lerne, beziehungsweise die im Seminar im Oktober entsprechend auch von dem Martin immer beigebracht bekommt, das, wie ihr dort euch zu verhalten habt. Aber faktisch gesehen sind wir weiter in der Korrektur. Und es läuft eigentlich relativ normal entsprechend auch ab. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier brutale Panik haben. Wir haben halt auch im NASDAQ genauso wie im S&P 500 ganz klassisch Distribution Days bekommen. Da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein an dieser Stelle, denn die können sich dann irgendwann auch mal nach unten entladen. Und das ist ja genau der Punkt, den wir hier an dieser Stelle haben. Mit Blick auf den NASDAQ ist jetzt allerdings eins interessant. Und da muss ich mal ganz kurz, wartet mal, kriege ich das hier hin? Ne, natürlich mal wieder nicht. Dann lösche ich mal ganz kurz alle Linien hier raus. So, einfach alles löschen. So, Moment. So, einmal weg. So, was wir jetzt hier interessanterweise haben, auch im Hinblick auf das, was wir im NASDAQ haben, wir haben ja hier entsprechend den Abwärtstrend am Laufen. Und wenn wir in diesem laufenden Abwärtstrend entsprechend jetzt die letzten kleinen korrektiven Zwischenhochs mal rausnehmen, also quasi den Bereich hier oben, dann komm her, hier, wenn wir dieses Level rausnehmen, dann haben wir zumindest mal, und das ist jetzt das Fragezeichen, ob das der Markt jetzt schon schafft, von der Verortung her, wo wir jetzt sind, also ob der Markt tatsächlich jetzt schon reif ist für einen echten Turnaround oder noch nicht. Das muss der Markt jetzt beweisen. Aber wenn wir tatsächlich die 19.200, um die 30 Punkte Marke rausnehmen und dann einfach massives Momentum mit in die Oberseite sehen, dann könnte es schon gut und gerne auch nach oben gehen. Ich habe aber meine Zweifel, dass das tatsächlich kommt, aber die Zahlen von AMD zum Beispiel, die geben hier schon Hoffnung, dass wir gerade beim Thema Technologie jetzt starke Abgaben gesehen haben, wo wir dann jetzt erstmal so ein Lufthol nach oben bekommen. Also da kann einiges gehen. Wir müssen uns jetzt halt wirklich eng am Markt auch mit ausrichten, denn das, was wir hier bei den Zahlen gestern gesehen haben, wir haben gesehen, dass Microsoft durchaus Probleme hat. Deswegen ist der Chart erstmal nach unten deutlich abgeschmiert und wir sehen, was bei AMD los ist, dass die Sorgen unbegründet gewesen sind, dass der neue AI-Chip, den man hat, möglicherweise doch nicht so stark verkauft wird, wie das zunächst angenommen wurde. Also das sind mal die Themen, die wir hier auf der Agenda haben und das ist jetzt halt auch der Spielball, dieses schnelle Hin und Her an dieser Stelle. Also das Thema ist da und das müssen wir mal miteinander bearbeiten. Und damit kommen wir jetzt einfach mal zu dem, ich scrolle hier gerade durch meine Schreibliste, das ist heute so unheimlich viel, was wir hier auf der Agenda haben. Lasst uns einfach mal ganz kurz durchgehen über all das, was wir jetzt entsprechend auf der Agenda mit haben und da nehmen wir jetzt einfach mal die Einzelwerte rein, hier in die Charts auch mit und dann besprechen wir einfach mal ganz in Ruhe alles durch, was wir hier auf der Agenda haben. Jetzt lasst uns mal ganz schauen, ob die PayPal-Aktie noch offen ist. Jawohl, da haben wir sie. Also passt auf, PayPal, mache ich euch gleich mal mit auf. Hier ist der Chart der PayPal-Aktie. Diejenigen von euch, die auch aktiv dabei sind, die haben ja gestern auch schon gesehen, nehme ich mal an, was die PayPal-Aktie jetzt gemacht hat, wie krass die quasi in die Oberseite auch reingelaufen ist. Also das war schon ein sehr, sehr starkes Zeichen. Ich habe euch ja auch ein paar Long-Ziele oben hingelegt, wo wir durchaus reinlaufen konnten, aber das wurde gestern quasi pulverisiert an dieser Stelle. Und wenn wir uns den Chart jetzt mal anschauen, aus reiner klassischer Chart-technischer Sicht, hat die Aktie jetzt tatsächlich noch deutlich mehr Fahrwasser in die Oberseite auch rein. Das heißt, als klassischen Orientierungspunkt aus der Chart-Technik im Extrembereich und wenn Momentum anhalt, kann das durchaus passieren, haben wir hier oben den Bereich über, oder um die Marke von 68 Dollar, um die 30 auf der Agenda. Also da kann durchaus noch einiges gehen in dem Chart, auch wenn natürlich das erst mal nur eine initiale Reaktion gewesen ist. Aber ihr seht es auch bei einer Aktie von McDonalds zum Beispiel, da kann schon noch was gehen. Das heißt, wenn ihr euch die Aktie von McDonalds mal anschaut, guckt euch das mal an hier. Die Zahlen waren nicht so der Oberhammer. Trotzdem gab es die starke Reaktion und die ging gestern weiter. Und unsere Anlaufpunkte auf der Oberseite, hier die 276, die sind durchaus etwas, was man dort mit auf der Agenda haben sollte. Also durchaus Potenzial bei der Aktie. Und jetzt komme ich mal zurück und bringe euch mal für die Zahlen entsprechend mit auch ins Bild. Die Aktie letztes Jahr zur gleichen Zeit ein Gewinn von 87 Cent. Die Erwartungen für das aktuelle Quartal lagen bei 98 Cent geliefert worden, 1,19 Dollar. Also da gab man einen ordentlichen Earningsbeat bekannt. Und wenn wir uns den Umsatz mal anschauen, der lag auch über den Erwartungen 7,82 Milliarden US-Dollar sind erwartet worden, geliefert worden, 7,9 Milliarden. Also auch hier gar nicht so schlecht. Und wenn wir uns mal anschauen, wie das Bezahlvolumen ausschaut, da gab es einen Plus von 11 Prozent. Und der Netto-Umsatz, der ist um 9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entsprechend angestiegen. Also wir sehen dort erste Tendenzen, dass die Sparmaßnahmen, die man bei PayPal macht, auch, sag ich mal, ein paar Früchte tragen. Das heißt, man haben hier jetzt diese Sparmaßnahmen haben auch dazu geführt, dass die Marge angestiegen ist um 231 Basispunkte auf 18,5 Prozent. Also das passt schon und was man in diesem Atemzug auch gemacht hat. Und das ist etwas, das hatte ich das ein oder andere Mal hier in der Sendung ja auch schon gesagt. Es ist immer gut, wenn ein Unternehmen die Zahlen geschlagen hat, dann auch das Jahresziel erhöht. Und das sehen wir hier, dass PayPal den Ausblick für 2024 für die Gewinne nach oben angepasst hat. Deswegen ist die Aktie auch so stark angestiegen. Und zwar rechnete man hier im Endeffekt oder rechnet man hier mit ansteigenden Werten. Wir hatten im April die Vorhersage, dass man im mittleren bis hohen einstelligen Bereich wachsen wird. Und jetzt hat man jetzt auf der Agenda mittlere zweistellige Werte, also in den über 10, zwischen 10 und 20. Und das ist schon schön für das Gewinn pro Aktie, dass man dort auch angepackt hat und sozusagen die Dinge erhöht hat. Wichtig ist jetzt dann für die Folgequartale, dass man halt auch weiter kompetitiv bleibt. Das heißt, dass man auch sieht, dass jetzt diese Erhöhung der Marge nicht nur aufgrund von Sparmaßnahmen gekommen ist, sondern dass man auch den, sag ich mal, Turnaround schafft, dass man mit den eigenen Produkten am Markt wieder mehr Fuß fasst. Das müssen die folgenden Quartale zeigen. Aber wenn der Markt das Ganze jetzt auch anfängt einzupreisen, haben wir schon durchaus kursfristig zumindest mal ein bisschen Luft in die Oberseite entsprechend auch mit rein. So, dann kommen wir mal weiter zum Aktienbereich. Und da möchte ich mit euch, heute gehe ich einfach mal auch ein paar Aktien durch, die wir hier sonst nicht so auf der Agenda haben. Und zwar, kurzen Augenblick, jetzt die nächste Aktie auf der Agenda, und zwar Electronic Arts. Die lege ich euch auch direkt mal in den Chart mit rein. Die haben wir hier auf der Agenda. Und was ihr hier schon schön sehen könnt, ist, die Aktie ist in einem intakten Aufwärtstrend verortet. Und das ist schon auch hier ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und was wir jetzt nach den Zahlen an Reaktion hatten, hier oben, also ihr seht ja an der Stelle auch, das Thema Pre-Earnings-Trade ist ja sehr stark angelaufen. Und es gab jetzt gestern zumindest mal nachbürstlich keinen Abverkauf. Also man ist weit nach oben gefallen. Nach den Zahlen gab es keinen Abverkauf. Das ist schon ein deutlich positives Zeichen. Und wenn wir uns jetzt mal an dieser Stelle die Zahlen auch anschauen, die sind wirklich extrem gut gewesen mit Blick auf das, was erwartet wurde. Das heißt, der Umsatz, da hatte man 1,21 Milliarden erwartet, geliefert wurden 1,26 Milliarden. Und bei den Gewinnlagen, die Erwartung bei 41 Cent, und geliefert wurden 1,04 Dollar. Also das zumindest mal sehr stark, das passt zum Aufwärtstrend. Und wenn wir uns mal die Zukunft anschauen, die schaut bei Electronic Arts auch vernünftig aus. Wir haben durchaus sehr, sehr starke Produkte in der Pipeline. Da kann ich mal beispielsweise nennen das Thema EA FC24, also die Fußballspiele sozusagen, 24 und 25. Bei der 24er Version hat man sehr, sehr robuste Verkäufe gemeldet. Man hat einen sehr, sehr optimistischen Ausblick für die Folgeversion, für die 25er Version gebracht. Und man hat auch einen sehr, sehr schönen, starken Trend im Bereich College Football 25. Also das ist durchaus sehr interessant. Und was wir hier an dieser Stelle auch sehen, ist mal die Vorausschau für die Buchungslage. Und die lag oder liegt jetzt hier für die nächste Zeit dann zwischen 1,95 Dollar und 2,95 Milliarden US-Dollar. Und der Markt hatte sich am unteren Ende dieser Range orientiert, nämlich bei 1,95 Milliarden. Also das passt alles ins Bild. Man ist ja stärker unterwegs, als die Analysten das erwartet haben. Und das ist auch ein starkes Zeichen. Das heißt jetzt hier mit Blick nochmal ganz kurz zurück in den Chart rein, den ihr hier an dieser Stelle entsprechend auch mit habt, durchaus deutliches Potenzial in die Oberseite weiter rein. Also das seht ihr auch hier, der Bereich oben, die alten Hochs, das Schöne hier in diesem kurzfristigen Bereich, es ist rausgenommen worden. Schön auch durch die starke Bewegung oben rauf. Und wenn ihr euch den Trend mal ganz kurz anschaut, dann seht ihr halt eins, was immer gut funktioniert. Und zwar, das ist das Thema Handel aus der Korrektur. Wir haben einen soliden Aufwärtstrend und es gab immer schöne Korrekturen, die Umkehrmuster, 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 Umkehrmuster. Genau das könnt ihr hier machen. Das heißt, jetzt müssen wir einfach mal schauen, wie weit die Aktie entsprechend läuft von der klassischen Charttechnik. Wenn wir mal den Markt nach oben hin skalieren, wäre theoretischerweise hier Luft oben rein bis in den Bereich 156 Dollar. Das ist jetzt natürlich das Fragezeichen, ob der Markt das einfach so macht. Aber wenn wir uns das ganze Thema mal anschauen, hier die letzte Korrektur beispielsweise, da sehen wir, da haben wir die Ziele gut erreicht. Bei der Korrektur davor quasi hier an dieser Stelle sind die Ziele auch erreicht worden. Also wir haben schon die Chancen, dass das tatsächlich auch erreicht wird. Und das sollten wir bei einer Aktie von Electronic Arts tatsächlich mit auf der Agenda haben. So, dann kommen wir jetzt mal von der Electronic Arts noch zum Thema Restaurants beziehungsweise Starbucks, um das mal auf den Punkt zu bringen. Die Aktie hier, kurzen Augenblick, wo habe ich sie hingelegt? Da, also nicht ich, sondern der Computer. Was wir hier bei einer Starbucks Aktie sehen, ist mal definitiv ein solider Abwärtstrend, den wir hier an dieser Stelle haben. Aber die Aktie gestern nach den Zahlen angestiegen. Erstmal ein solides Plus als Reaktion auf 78 Dollar. Was haben wir gehabt? 73. Also wir sind schon schön stark oben rauf gelaufen. Positive Reaktion an dieser Stelle auf die Zahlen. Und die Zahlen per se an sich, ähnlich wie bei McDonalds, eigentlich, naja, nicht unbedingt, dass man sich hinstellt und sagt, yay, Knaller, muss ich unbedingt kaufen. So ist es nicht. Gewinn pro Aktie war erwartet bei 93 Cent. Das ist auch geliefert worden. Im Vorjahresquartal hatte man einen Gewinn von 99 Cent. Also da kräftig in die Unterseite rein. Und wenn wir uns mal den Umsatz anschauen, der lag 1% unter dem Vorjahr und auch unter den Erwartungen, 9,25 Milliarden sind erwartet worden. 9,1 Milliarde sind es gewesen. Da hat man also eine ordentliche Verfehlung entsprechend gehabt. Und man hat bei Starbucks die gleichen Probleme wie bei McDonalds. Es kommen einfach weniger Leute in die Geschäfte. Und die, die reinkommen, gehen weniger Geld aus. Einfach, weil man weniger in der Tasche hat. Und vielleicht sich auch überlegt, ob 7 oder 8 Dollar für eine normale Tasse Kaffee oder für, je nachdem, wie man die Portionsgrößen für sich auch nimmt. Aber wenn du halt einfach mal überlegst, was dort ein Kaffee kostet und woanders ein Kaffee kostet und wenn du sparen musst, dann überlegst du dir dreimal, ob du so viel Geld für ein bisschen mehr Lebensgefühl auf den Tisch legst oder ob du sagst, okay, dann koche ich meinen Kaffee zu Hause und nehme mir den mit oder ich kaufe ihn da, wo er etwas günstiger ist. Das sind die Probleme, die man dort momentan in den Geschäften auch hat. Das sieht man auch bei den Zahlen in den USA. Sind die Verkäufe in den Filialen um 2% zurückgegangen, außerhalb von den USA, außerhalb Nordamerikas um 7% und im zweitwichtigsten Markt, das ist China, sogar um 14% im letzten Quartal zurückgegangen. Und das sind keine guten Aussichten. Und das Management sagt selbst, das wird jetzt erstmal eine ganze Weile noch so bleiben. Und jetzt komme ich an dieser Stelle nochmal auf das zurück, was ich euch schon mal erklärt habe mit den Zinssenkungen in den USA auch. Wenn die jetzt kommen, ist das zunächst erstmal positiv, aber bis sich das dann entsprechend durchsetzt, auch in den Portemonnaies der Kunden, wird das noch eine ganze Weile dauern. Also das geht nicht von heute auf morgen. Und deswegen sagt man auch hier, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben jetzt eine Aufwärtsphase, ganz klar, die sehen wir auch da. Und wenn die sich fortsetzt, haben wir durchaus auch ein paar Chancen in die Oberseite rein. Das heißt, wenn wir hier mal schauen wollen, wenn wir tatsächlich es schaffen, die Zwischenhochs hier oben im Bereich von 79, knapp 30 rauszunehmen, dann hätten wir in die Oberseite entsprechend mal rein, die Level hier, wenn wir mal die Zwischenhochs nehmen, um die 81,77 Dollar, beziehungsweise wenn es stark nach oben läuft, hier oben das Zwischenhoch im Bereich von 83 Dollar und knapp 40. Also das ist durchaus möglich, dass wir das mit auf der Agenda haben bei einer Aktie von Starbucks. So, jetzt muss ich mal schauen, dass ich jetzt hier in meiner Liste weitermache und euch sozusagen nichts verpasse. Kommen wir zur Aktie von First Solar. Ihr wisst, First Solar, Solarwerte sind Dinge, die wir in Zukunft definitiv brauchen werden. Und wenn wir uns den Chart der First Solar Aktie mal angucken, wer mir hier regelmäßig folgt, weiß, wir haben die Aktien schon öfter auf der Agenda gehabt. Wir sind mal von der reinen Chart-Technik in einem ganz klassischen Abwärtstrend entsprechend verortet hier an dieser Stelle. Also ja, ganz klassisch, ganz klar, natürlich auch mit da. Und wenn wir uns den Chart per se an dieser Stelle einfach mal anschauen, Abwärtstrend ist da, ging vor den Zahlen auch kräftig in die Unterseite rein. Was jetzt an dieser Stelle wichtig ist, ist, was kommt hier unten am Zwischentief bei 207? Weiterer Abverkauf oder ein tatsächlicher Bounce nach oben nachbörslich? Ist die Aktie erst mal positiv oder hat die Aktie positiv reagiert? Steht momentan im nachbörslichen Handel bei gut 216 Dollar, also irgendwo in diesem Bereich hier, wo jetzt die blaue Linie liegt. Das zumindest mal positiv zu sehen. Und wenn das tatsächlich dann weiter sich positiv entwickelt, wäre eine Sache stark, wenn die Aktie tatsächlich es schafft, über die 232 drüber zu laufen, dann hätten wir zumindest erst mal kurzfristig einen Aufwärtstrend auf Tagesbasis, der sich dann zunächst in Richtung 240 beziehungsweise in den Abverkauf bei 253, 254 fortentwickeln kann. Das müssen wir aber erst mal sehen, weil das Management hat sich ein bisschen verhalten geäußert. Aber kommen wir zunächst mal zu den Zahlen. Und die sind der Hammer, Leute. Beim Gewinn pro Aktie sind 2,71 Dollar erwartet worden, 3,25 Dollar sind geliefert worden. Beim Umsatz 951 Millionen sind erwartet worden, geliefert worden 1,01 Milliarden US-Dollar. Das sind wirklich Top-Zahlen. Und beim Nettoeinkommen, da gab es eine Steigerung von mehr als 100 Prozent. Im letzten Jahr um diese Zeit hatte man ein Nettoeinkommen von 171 Millionen US-Dollar. Jetzt aktuell sind es 349. Also da sehen wir mal, dass die Geschäfte anfangen wieder zu laufen. Aber man ist halt ein bisschen vorsichtig. Im Normalfall, wie schon gesagt, erhöhen Unternehmen den Ausblick. Wir haben jetzt hier allerdings keine Ausblickerhöhung bekommen. Und das wurde auch begründet. Für mich nachvollziehbar begründet. Ob es der Markt so sieht, müssen wir in den kommenden Tagen sehen. Man hat einfach gesagt, wegen dem Thema der Wahlen ist man etwas unsicher, weil einfach die Investoren, die Investments in solche Technologie momentan etwas zurückgestellt wird, weil man nicht genau weiß, wie das Wahlergebnis ausgeht. Faktisch ist aber eins. Erstens Inflation Reduction Act. Da wird man nicht drum herum kommen, das Thema Solar weiter auszubauen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist das ganze Thema der Datencenter. Es wird seitens der Datencenter-Betreiber investiert in Energieproduktion. Und da spielt ja das Thema Solar eine ganz, ganz große Rolle. Nummer drei, das Thema Krypto, Mining. Das braucht verdammt viel Energie. So, das Thema Krypto wird bestehen bleiben. Heißt also, dort wird auch viel Energie gebraucht und dort wird auch in grüne Energie investiert. Und da spielt halt Solar eine große Rolle. Und Nummer vier ist, dass diese Dinge, die ich gerade genannt habe, plus die Tatsache, dass Fürst Solar in den USA produziert, mal ein riesengroßer Vorteil für Fürst Solar, denn es gibt dort keine Strafzölle auf, weil man halt in den USA produziert. Heißt also an dieser Stelle, die Aktie oder das Unternehmen per se ist schon sehr, sehr gut positioniert. Die Frage ist jetzt technisch nur, wann kommen die Institutionellen wieder zurück in die Aktie und fangen dort an, nach oben zu kaufen. Wenn du aktiv tradest, wie schon gesagt, kurzfristig beide Seiten sind offen. Wenn wir unten drunter rutschen, was ich dir gerade gezeigt habe, dann wäre durchaus zunächst mal Luft. Jetzt komme ich noch mal kurz zum Chart zurück. Also wenn die Aktie tatsächlich nach der Erholung weiter abverkauft wird, wenn wir jetzt sozusagen Sell the News mehr oder weniger mit auf der Agenda haben, unter die Marke von 207 Dollar, hätten wir dann nach unten hin zunächst erstmal Luft hier ins Zwischentief im Bereich 182 um die 80. Also das Thema unten definitiv mal mit auf der Agenda haben, ist etwas ganz, ganz Wichtiges. So und dann kommen wir jetzt mal von Solar zur Technologie und dann komme ich auch nach AMD und Microsoft zum Ende. Sonst mache ich hier wieder bald eine Stunde Sendung. Mich würde übrigens mal interessieren, ob der Stream sauber heute durchläuft oder nicht. Da würde mich eine Mitteilung einfach mal freuen. Und wir schauen jetzt mal auf die Zahlen von AMD und von Microsoft. Wir starten zunächst mal mit der Aktie von AMD. Die habe ich euch jetzt hier mal ganz kurz auf dem Wochenchart sozusagen auch mitgebracht. Was wir hier haben, wie schon gesagt, ein großes Bild, Abwärtstrend ist da. Ganz klar, ganz klassisch haben wir hier. Aber die Zahlen waren sehr, sehr schön, sehr, sehr gut und die Aktie ist nachbörslich stark nach oben gelaufen. Und zwar, jetzt muss ich euch die Werte mal ganz kurz raussuchen, AMD 7,7% auf 149,16. Also die Aktie steht jetzt tatsächlich hier 149,16. Also grob in diesem Bereich hier oben. Wenn wir uns das mal auf Tagesbasis auch anschauen wollen, dann sehen wir, das war schon oder ist schon ein ziemlicher Luft nach oben. Und der kurzfristige Abwärtstrend ist damit zunächst erst mal gebrochen. Und charttechnisch haben wir jetzt halt hier, ihr seht selber auch hier oben in diesem Bereich, um die knapp 157, beziehungsweise dann, wenn wir noch ein Stückchen weiter höher gehen wollen, wäre dann extrem weit Luft oben rauf bis in den Bereich 186. Ich glaube, das wäre jetzt zu viel gesagt, dass man einfach direkt oben rauf läuft, weil wir sehen weiterhin die Branchenrotation, das Thema mit auf der Agenda. Aber hier an dieser Stelle haben wir halt Potenzial oben rein, auch mittelfristig. Das ist ein wichtiger Punkt. Und die große, oder das, ich sage mal mal, worauf man bei Amazon bei den Zahlen im Vorfeld, beziehungsweise für die Zahlen ganz genau geachtet hat, war halt das Thema, wie sieht es mit der Chip-Produktion aus? Weil ich hatte das euch in meiner Schändung auch schon mal gesagt, beim letzten großen Rutsch bei der AMD-Aktie nach unten, da galt die Sorge, dass es Stornierungen bei AMD gab für den Chip, für die künstlichen, also für die AI-Chips sozusagen, der MI 300. Das hat sich jetzt nicht bestätigt. Hier sieht ganz klar die Story so aus, es gibt eine intakte Nachfrage, und zwar auch eine steigende Nachfrage nach den Chips. Und wenn wir uns das mal anschauen von den Zahlen her, Gewinn pro Aktie 69 Cent sind es gewesen, 68 Cent sind erwartet worden. Beim Umsatz lag man bei 5,84 über den erwarteten 5,72 Milliarden US-Dollar. Also man konnte hier beim Umsatz und beim Gewinn pro Aktie schlagen und das Nettoeinkommen auch hier stark nach oben gelaufen, 265 Millionen US-Dollar sind es gewesen nach 27 Millionen im Vorjahr. Und das Schöne ist der Ausblick, weil man hatte ja die Sorge, es könnte Probleme geben, aber der Ausblick wirklich schön gelaufen für das aktuelle Quartal sollen die Verkäufe bei gut 6,7 Milliarden US-Dollar liegen. Erwartet worden sind 6,61, entschuldigt. Also da liegt man auch oben drüber. Und das Thema Data Center GPU, das ist dieser MI 300 Chip. Da hatte man im April einen Umsatz für das laufende Geschäftsjahr von 4 Milliarden US-Dollar erwartet. Jetzt hat man das Ganze angehoben auf 4,5 Milliarden und das ist schon schön an dieser Stelle. Und genau das ist das, was der Markt auch sehen wollte, dass man dort sozusagen nicht die Problematik hatte, dass man Probleme im Kampf gegen Nvidia hat. Also man sieht schon, man kann weiter Pace aufnehmen und das hat jetzt zu dieser starken Reaktion nach oben auch geführt. So, dann kommen wir jetzt final zur Aktie von Microsoft. Und da, wartet mal, da muss ich mal ganz kurz den Chart euch noch mit raufholen. Die Aktie von Microsoft hat nach den Zahlen massiv erst mal abgegeben. Also die Aktie ist 7% erst mal in den Keller gegangen, bevor es dann die Erholung gab. Ich zeige euch den Chart gleich mal. Den hole ich jetzt mal einfach rüber, packe den mal in den AMD-Chart mit rein, dass wir das sehen. Also Thema hier, auch ihr seht selbst, auf Tagesbasis ist die Aktie in einem intakten Abwärtstrend verortet und wir sehen nach den Zahlen den Kurs bei 411,25 Dollar stehen. Also klassisch ganz schöner Rutsch nach unten, 11,25, das ist also grob. Ich treffe den Bereich nicht ganz, aber dass ihr mal eine grobe Marke habt. Wir sind tatsächlich in die Abwärtstrend-Fortsetzung gekommen, aber wie schon gesagt, direkt nach den Zahlen ist die Aktie um 7% gefallen. Geschlossen hat sie dann mit minus 2,7% nach bürstiger Schlusskurs um die 411,25 Dollar. Was wir hier haben beim Gewinn pro Aktie, konnte man schlagen. 2,94 Euro sind erwartet worden, 2,95 Dollar sind geliefert worden. Beim Umsatz lag man auch über den Erwartungen. Und zwar wurden 64,38 Milliarden erwartet, 64,7 Milliarden wurden geliefert. Also das war nicht das Thema oder das H in der Suppe, wobei bei so einem Rückschlag von 7% war das schon mehr als ein H. Das Problem war einfach, dass man im Cloud-Geschäft verfehlt hat. Und zwar wurde das Cloud-Segment mit einem Umsatz von 28,68 Milliarden taxiert, also im Vorfeld erwartet. Und tatsächlich wurden dort nur 28,52 Milliarden US-Dollar erreicht. Und ihr wisst, das Thema Cloud-Geschäft, das Thema Azure ist extrem wichtig für Microsoft. Und das sind die Probleme, die man jetzt dort auch zu bekämpfen hat. Aber, und der Grund, warum die Aktie danach wieder die Erholung fortgesetzt hat, ist, dass sich das Management sehr zuversichtlich dazu geäußert hat, dass man ist optimistisch, dass die Wachstumsgeschwindigkeit für das erste Halbjahr im Fiskaljahr 2025, das fängt bei Microsoft jetzt an, wieder zunehmen wird. Wenn wir uns mal die Guidance anschauen bei Microsoft für das erste Quartal, was jetzt vor uns liegt, die soll liegen zwischen 63,8 und 64,8 Milliarden, ist ein Wachstum von gut 13%. Also, das bleibt mal spannend, wie es ja weitergeht. Gucken wir uns nochmal ganz kurz den Chart entsprechend auch mit an. Wie schon gesagt, die Aktie ist einen wirklich sehr, sehr starken Abwärtstrend momentan unterlegen auf Tagesbasis. Hier an dieser Stelle mal kurz noch der Blick in die Woche rein. Der Wochentrend per se, der ist noch intakt. Das ist so ähnlich wie das, was ich euch vorhin gezeigt habe im Nasdaq. Wir sind halt weit gelaufen in eine Bewegung rein und die wird jetzt ordentlich korrigiert. Das kommt auch durch diese Branchenrotation mit zustande. Das heißt, an dieser Stelle, solange der Markt hier technisch gesehen nicht unter die Marke von 400 rutscht, ihr seht hier die Tiefs liegen irgendwo bei 404, haben wir weiterhin schon eine Aufwärtsweise noch mit da. Und deswegen können Long-Signale dort durchaus auch getradet werden auf Wochenbasis. Also mal wenigstens eine grüne Wochenkerze wäre hier ein schönes Zeichen. Dann kann man wieder eine Long-Richtung planen. Aber halt, der Tag ist abwärts gerichtet. Wir stehen hier unten weit in der Bewegung drin. Und das bringt uns jetzt halt einfach dazu, dass wir hier bei 411 stehen und dass wir dort erstmal sehen müssen, wie es weitergeht. In einem intakten Abwärtstrend hat es sich zuletzt nämlich immer ergeben, dass wir eher die Short-Seite getradet haben und die Short-Signale in die Unterseite auf die Agenda halten sollten. Also das bleibt wirklich spannend, wie es hier im Technologiesektor weitergeht. Und wie schon gesagt, das Thema der Berichtssaison, das werden wir morgen früh auch wieder weiter beleuchten. Wenn ihr noch Fragen habt nach dem Stream, einfach unter dem Stream kommunizieren. Ich sehe heute, der Stream scheint gut durchgelaufen zu sein. Da muss ich also gar kein Video hochladen, sondern da kann ich euch das Video einfach drinnen lassen. Das heißt, wenn Fragen anfallen, einfach unten drunter kommentieren. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann verpasst ihr keine Themen und keine Ausgaben bzw. keine Antworten mehr. In diesem Sinne wünsche ich euch einen entspannten Trading-Tag. Ich bin gespannt, dass heute nach der FED passiert. Das arbeiten wir natürlich morgen ganz in Ruhe auf. Da wird es auch im Euro extrem interessant, wo der hinläuft. Donald Trump möchte ja gerne einen deutlich schwächeren US-Dollar auch haben. Das dürfte dann bullisch für Gold sein. Also da gibt es schon einiges, was wir in den nächsten Wochen auch aufarbeiten können. Aber das kommt dann hinten dran. In diesem Sinne euch viel Erfolg und bis morgen. Tschüss.